hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir so schaut's aus ja wir haben heute paar neue paar änderungen in den team bilder setzt also da wo man adam futt und borschemin und pecker und so machen kann und dann hat die nhl oder nhl oder ea sports mit weniger ein abkommen der ihf geschlossen deswegen kommt ja auch noch ein update und auch ein neues event also los geht's fangen wir direkt mit den team building setzern da war das ja immer recht gestaffelt die spieler wo man davon kriegt ist alles das gleiche noch wieder hier die wahl zwischen whitney leclerc samuelson hier tocket futt und langenbrunner das bleibt alles gleich und vorher war das ja etwas eingeschränkt man in den sätzen entweder 74 bis 79 gebraucht und ein paar 80 bis 83er das fällt jetzt mehr oder weniger weg schon mal hier an fall von colorado an zum beispiel braucht man einfach nur 80 plus spieler und dann beliebige spieler also das ist dann vollkommen egal ob es ist ein 84er hier habe ich auch mal k hier drin zum beispiel ist ein 84er kater wäre vorher nicht in das set reingegangen und so kann man jetzt auch die ganzen spiele mache ich mal auto vervollständigen und dann gucken wir was wir jeweils haben also es ist egal wie hoch die karte ist ja finde ich ganz gut gut die 90er karten die war dann am anfang so dass das maß der dinge gerade wurde das spiel losging eben jetzt gibt es schon viele karten die über 90 sind also ich finde er dem food immer noch gut würde ich auch wieder so machen hat einen vorteil am anfang gebracht aber so jetzt mittlerweile wo viele karten auch genauso gut oder sogar besser sind finde ich es gut also die die kosten dadurch ein bisschen reduziert haben dass man eben nicht zwangsweise immer auf diese 79 er gehen muss die die noch ziemlich teuer waren also gerade colorado minnesota waren die teuersten teams oder die teuersten spieler winnipeg dieser dieser komische littl der war der teuerste spieler in der ganzen in der ganzen serie hier aber jetzt war jetzt sogar noch irgendwann aber das war der teuerste spieler zeitlang also weil die so schwer zu bekommen waren auch auf jeden fall ein vorteil dass sich das geändert hat der zweite punkt ist das ab dass der die übereinkunft der ihf mit ea dass sie eben die ganzen trikots und die ganzen jahren spieler von der ihf übernommen haben also hier auch die aktualisierten deutschland kanada trikots und so weiter und auch der erste spieler schon angekündigt wird von team usa dann austin matthew sein ob es dann auch wieder karten sind zum upgraden wissen es wird auf jeden fall angekündigt was ich jetzt an eurer stelle machen würde wenn ihr jetzt in den belohnungen trikots von von schweden von finland usa kanada was auch immer zieht ich würde erstmal behalten weil ich bin mir ziemlich sicher so was die letzten jahre auch dass man diese trikots und auch logos also usa logo kanada logo dass man die dann braucht um irgendeinen spieler zu machen oder abzugraden würde ich jetzt an allem festhalten und auch wenn ihr billige sachen im auktionshaus seht schlag zu wenn man kein trikot für 10.000 kaufen das lohnt sich nicht aber gerade so stellen sie einfach rein gerade wenn die belohnungen kommen würde ich hier zuschlagen und die die das dann alles aufheben auch und auch aufpassen dass er nicht aussehen in irgendein set reinsteckt hier dazu noch auf ea sports auf der twitter twitter seite von ea sports in der stelle die offizielle ankündigung hier haben wir die ganzen spieler jeweils gabriel anders kog austin matthews dass eben die alle dabei sind leon dreisaitl sogar und hier der trailer so finde ich ganz interessant play the world juniors auch die juniors wieder dabei now and represent your hockey your country with international teams denn get ready for women's hockey coming january also im januar kriegen wir women's hockey noch mit rein da bin ich spannend wie sie das umsetzen wollen dass die dann auch im normalen hub mit drin sind ich kann es mir nicht vorstellen aber wird spannend das zu beobachten und deswegen schauen wir was dann da kommt aber das war jetzt nur so ein zwischenupdate dass ihr da auf dem laufenden sein auch daran denken heute abend wenn ihr eure belohnungen aufmacht und irgendein trikot trikot zieht das erstmal aufhebt das roster sharing soll auch jetzt schon verfügbar sein schauen wir mal rein also erstmals im hauptmenü auch die ihf turniere verfügbar gab es vor allem gibt es die world juniors das ganze offline hat jetzt nichts mit hut zu tun direkt aber ich will es trotzdem nicht vorenthalten die teams die auswählen können die sind bisher dabei und lizenziert sehr schön und wenn man in die kader jetzt mal schauen gibt es ja auch den kader sharing sie in deutsch blöder und da gucken wir jetzt mal hier community dateien herunterladen dateien verfügbar machen also kann welche hochladen meine downloads 7 was runtergeladen hat aktiver kader ist eine normale online karte jetzt gucken mal kunderte dateien herunterladen ob es das schon was gibt und wie das ausschaut es gibt da wirklich gurus die haben da mega die sachen machen und stecken da wirklich viel arbeit rein also das müsste ja ich glaube der tokies war sogar einer von denen soll dieser youtube twitch tv genau das müsste der sein der wurde ewig viel investiert und zeit und das schon alles für her für sehr viel für sehr viel sehr viel liebe da reinsteckt schaut dann hier so aus jetzt mal sein kader runtergeladen habe das auch zum aktiven kader gemacht was das genau dahinter steckt ist er hat es auf youtube immer alles gut beschrieben was da genau was er genau gemacht hat ich schaue jetzt mal ganz kurz in die in die rein ob mir bei graber colorado irgendwas ausfällt da könnte er kann sich am ehesten noch noch feststellen gut stimmend seit ganz aber zu müssen die naja muss muss dann mal echt in seinem auf seinem youtube account ich sehe das gerade auch zum ersten mal ich habe das auch nicht sehen gehabt er müsste gerade mal auf seinem youtube kanal schauen was da alles was er alles gemacht hat und ich denke mal da wird es auch nach und nach noch ergänzungen geben jetzt gucken wir mal ob es da irgendwelche ja irgendwelche teams gibt die erstellt hat kann sein dass er mir irgendwelche besonderen teams gemacht hat eigene teams bei einer wie das war bloß um 1 glaube ich mal keine ahnung also auf jeden fall kader sharing ist aktiv und wer jetzt mal gesehen haben wir haben was runtergeladen können wir es funktioniert auch man kann auch was hochladen lasst mir mal ein feedback dabei auch das mit denen mit dem mit dem was wir gestern hatten dieses ja diese diese account migration von ps4 ps5 und von xbox one auf xbox series x ist jetzt erfolgreich muss jetzt funktionieren da gerne auch was dazu schreiben und ja dann sehen wir uns heute abend wieder oder später wieder oder morgen wieder und immer daran denken lasst mir ein like da unten meinen kanal und ihr kennt das ganze ja sauber bleiben ciao